Was geht ab, meine lieben Sportsfreundinnen? Herzlich willkommen zu einem erneuten YouTube-Video auf meinem Kanal. Ihr seht schon, wir befinden uns hier gerade in Berne, in Hamburg, bei einem Wetter, was für Hamburg eigentlich normal ist. Ich pfeife gleich ein C-Jugendspiel, und zwar Tours-Berne gegen Rallstedt. Das Ganze ist hier heute so angesetzt worden, dass auch Zuschauer heute dabei sind. Ihr seht das alle schon im Hintergrund, da sind ein paar Leute. Es kommen auch noch ein paar Leute wahrscheinlich heute. Im Gespann, wer ich das Ganze heute pfeife, mit zwei Assistenten, mit zwei Jugendstilzrichtern. Und ich würde sagen, wir gehen einmal gleich in die Kabine, ziehen uns einmal um, machen uns warm und dann kennt ihr alle, was danach kommt. Viel Spaß euch. Ich habe keine Bananen bei mir. Ich hoffe, euch angeht es gut. Wir haben natürlich ein sehr geiles Wetter heute erwischt, aber ich habe gehört, dass es normal ist, aber das soll natürlich nicht daran hindern, dass wir heute trotzdem ein geiles Fußballspiel machen. Wir machen gleich draußen ein paar Fotos, wenn jemand von euch ein Foto will. Ihr müsst euch machen unbedingt, ich zinnere zu niemanden. Und ansonsten, wenn ihr irgendwas noch wollt, sagt einfach Bescheid. Dann kriegen wir alles geregelt. Habt ihr sonst noch irgendwelche Fragen an mich? Nein. Wer ist hier so aus der Mannschaft, der hat so die meisten Karten kassiert? Oh, toll! Dann bist du, Daniel, der kriegt von mir keine Karte. Du darfst ja alles alarmbräuchern. Oh, sag das nicht. Sag das nicht. Okay, mach das doch nicht. Mach das doch nicht. So, Freunde, ich zeig euch mal ganz, das ist die Schirikabine. Habe einspaziert in die Stube, in die gute Stube. Und ich sage schon mal eine Sache vorher. Guckt euch bitte das Geile daran. Also da willst du sogar selbst mit dem Kamera mal gleich was rausnehmen, oder Martin? Ja, okay. Was ist dein Favorit hier? Ich finde, die Pinsen sollen sehr, sehr stark hier. Die sieht geil aus, ne? Also, auch hier das, was da draufsteht, ne? Ist natürlich auch heftig, muss ich ja schon sagen. Respekt hier an Tos Berne. Ich habe hier ein eigenes Aufwand-T-Shirt aufbekommen, was auch richtig heftig ist. Das werde ich anziehen. Also, er ist wirklich richtig geil. Hier haben wir ein Waschbecken, eine Toilette haben wir hier vorne drin. Hier haben wir noch was zum Aufhinken hier oben. Also, das ist eigentlich eine Schiri-Kabine, die ist super, die ist perfekt. Mein Kostmann ist schon offen. Ich ziehe mich jetzt um, danach kommen die anderen Beinassistenten, dann gehen wir auf den Platz drauf, dann machen wir uns ran und wir sehen alles weiter. Bis zum nächsten Mal. So, Freunde, wir haben uns jetzt aufgewärmt. Ich stelle euch ganz kurz meine Beinassistenten vor. Das ist der zweite Assistent, das ist der erste Assistent. Stell ich mir ganz, ganz kurz vor. Ich bin Kirill, bin 15 Jahre alt und komme aus Hamburg. Sehr, sehr geil. Er kommt aus Hamburg, ist eingesprungen, finde ich super geil. Den kennt ihr wahrscheinlich schon. Ich bin 11, ich bin 15 Jahre alt und komme aus Lage. Genau, die Bein werden mich heute unterstützen, deswegen gucken wir mal. Ich mache mir jetzt noch ein bisschen alleine warm, ich laufe gleich weg. Und die Bein machen noch ein bisschen was und dann wird das richtig geil. Der Regen wird immer ein bisschen doller, ein bisschen weniger, aber wir hoffen mal, dass es jetzt nicht so doll wird. Okay, bleib, ne? Ich habe mich jetzt umgezogen. Ich muss sagen, heute bin ich wieder so ein bisschen nervös, einfach nur, weil ich das geil finde, dass wieder so viele Zuschauer da sind. Heute gebe ich keine Prognose ab, wie viele Menschen draußen stehen, weil sonst sage ich wieder irgendwas falsch. Aber ich denke mal, heute könnte ich richtig liegen, wenn ich sage, so an die 100 ran oder 200 ran, irgendwie so in die Richtung. Das könnte ungefähr sein, das ist nicht falsch. Okay, es ist auf jeden Fall nicht falsch. Die beiden anderen Assistenten sind auch schon fertig. Wir werden gerne rausgehen, reinlaufen und dann geht das Spiel los. Ihr wisst das alles, was ich mir vorher sage. Jetzt ist Fokus aufs Spiel, ab jetzt ist alles egal. Wir laufen in die Mützelinie und dann drehen wir uns zu dieser Seite rum, okay? Sehr gut, los geht's. Alter, wie viele ihr seid. Wo geht das hin? Warte mal, da geht noch eine Schleine aus der Kabine. Gut Spiel, gut Spiel, gut Spiel, gut Spiel, gut Spiel. Kapitän, einmal zu mir. Nein, noch nicht, ihr bleibt noch hier. Gleich noch Tore kontrollieren, einmal links und rechts. Genau, einmal ganz gut. Sehr gut. Schwarz oder Rot? Rot. Anschuss oder Seite? Schwarz. Okay, habt ihr Anschuss, gutes Spiel, fair bleiben und kriegen wir hin, ne? Sehr gut. Okay, kommt mal kurz her. Für mich war es hier sehr, sehr wichtig gewesen, einmal kurz meinen Assistenten noch kurz was mit auf den Weg mitzugeben, denen einfach zu sagen, bleibt locker, alles cool, genießt das Ganze hier heute und deswegen habe ich mir die Beine einfach nochmal zu mir hingeholt. Schau's dir. Fahne rechts, fahne rechts, fahne rechts. Schau, die Fahne nach vorne. Sehr gut. Einmal Tore kontrollieren noch. Ja. Auch wenn das Ganze jetzt hier ein bisschen gedauert hat, habe ich das trotzdem zurückgefiffen, weil der Spieler hier im Blau hat nämlich einen Tritt bekommen auf seinen Fuß und deswegen habe ich hier auch auf Freistoß entschieden. Bei hier vorne, bei hier vorne. Ja. Und auch hier in der Aktion gab es wieder ein Nachtreten auf dem Spieler mit dem Trikot im Blau und deswegen habe ich auch hier wieder auf Freistoß entschieden. Weiter geht's. Und genau deswegen ist es wichtig, wenn man eine Assistentin am Rand hat, super gut erkannt, hier von Ebra, der das Ganze angezeigt hatte. Weiter. Ein Wurf, ein Wurf, ein Wurf, ein Wurf. Beweis. Nein, weiter geht's. Nein, weiter geht's. Nein, weiter geht's. Nein, weiter geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 Abseitssituation sehr, sehr stark auch hier wieder erkannt von meinem zweiten Assistenten Kirill. Links, 15, 15, 15 15 15 15, 15, 15 15 15 16 18 18 19 20 20 21 22 23 24 25 25 25 25 25 26 27 27 28 29 29 30 32 32 32 32 32 33 34 33 34 33 33 34 36 35 45 36 37 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja. Stehen bleiben so. Okay. Weiter geht's. Weiter geht's. Einmal. In der Aktion habe ich gesehen, dass ein Spieler hier auf dem Boden lag und wirklich Schmerzen hatte. Deswegen habe ich das Spiel hier auch abgebrochen ganz kurz. Ich habe kurz nachgefragt, ob er jemanden braucht. Er hat genickt. Also habe ich hier auch den Trainer dann aufs Spielfeld drauf geholt. Und es ist immer wirklich ganz, ganz wichtig. Die Gesundheit der Spieler geht immer vor. Egal, ob der Ball gerade in einer Torschung ist, ihr müsst das Spiel unterbrechen. Weil das Schlimmste ist wirklich, wenn der Spieler einfach verletzt ist, auf dem Boden ist. Hier wollte der Spieler an den Ball noch rüber schießen, aber es ist ein Schiedsrichter dabei. Ich muss den Ball freigeben. War auch mein Fehler gewesen, weil ich habe ihm auch einfach den Ball in die Hand gegeben. Okay, dein Stürmer darf nicht drangehen, ne? Und dann einmal klatschen. Alles gut, Jungs. Nochmal das V-Spiel. Und werfen. Weiter. Nicht da so nachhaken, okay? Einmal kurz rauf und dann abbrechen. Alles klar. Kurz warten, bis die Pfeiffer... Ja. Komm, noch ein bisschen Trittnummer 22. So ist es okay. Hände weg, Jungs! Nein, weiter geht's! Geh, child! Wir kommen zusammen, ich falte sich hier! Ich habevoc好了! Wir machen zusammen! Du Police flagst mich! Ein Ball. Alles gut, Jungs. Okay, ist es freigegeben, ihr könnt spielen, ihr könnt spielen. Am Ball! Nein, weiter geht's, weiter geht's! Okay, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's! Achtung! Vorteil, 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 Weiter geht's! Immer ganz klar und deutlich rufen, Vorteil, Weiter geht's! Normalerweise hätte ich jetzt hier abpfeifen können, weil der Ballbesitz direkt wieder rumgegangen ist, aber ich habe gesehen, dass der Berne-Spieler direkt dahinter stand, deswegen habe ich kurz gewartet, ob er noch drankommt. Und dann kam halt hier auch seine Torchance, also war es eigentlich auch richtig gewesen. beim ersten Mal, der denkt, oh, da ist irgendwas! Was sagst du denn zur ersten Halbzeit? Ich würde schon sagen, es sind schon zwei Mannschaften, die echt guten Fußball spielen, wenig, wenig Fouls, wenn dann nur kleine Fouls! Okay, jetzt steh doch mal durch hier! Bist du irgendwie sowas im Beruf der, oder? Nein! Achso, ja! Ich mache das bei mir in der Mannschaft, ich habe Fortbildung gemacht! Beruflich ist der Metzger! Die haben mich eben gefragt, ob ich deinen Sohn mitmacht habe! Was hast du geantwortet? Ich habe gar nichts geantwortet, ich habe es so gemacht! Sag mal kurz, von euch beiden Seite aus, ist alles okay? Ja, war schön! Du musst jetzt aufpassen, du hast Bernd, ich bin eine richtig eckhafte Takt, indem ich auf Abseits falle! Ja, Alter, das war so komisch! Das ist so schwer, das zu erkennen! Ja, ich probiere gleich! Aber danke dir schonmal! Ja, ich probiere! Alles gut! Aber ansonsten ist es eigentlich, denke ich... Ich weiß nicht, von außen? Wie ist das Spiel von außen? Ja, der Kaffee war gut! Ja! Ja! Ihr macht echt eine gute Figur! Einmal habe ich ihm die gelbe Karte gegeben, weil der eine spielt dann aufs Tor zu, der andere zieht am Trikot und dann musst du dich leb zeigen, weil Trikot ziehen ist ja etwas, das machst du bewusst, das ist ja ein bewusstes Vergehen und deswegen musst du dann ein Geld zeigen, ne? Wäre es ein Grätscher gewesen, hätte mal sagen können, ihr wollt ein Beispiel, aber so ist es ja klar, ich habe Karte gewesen. Aber ansonsten ist es eigentlich ein ganz gutes Spiel. Aber ich muss den Torschützen mit einmal haben, weil ich hab das nicht aufgegeben. Ich hab ihn auch nicht! Ich hab ihn auch nicht! Ich hab ihn auch nicht! Möchte man hier noch mal eine Schrift sehen? Bitte lach darüber nicht! Ich werde das auch hält in den Kommentaren gesehen, ne? Aber jetzt hat's ja immer kurz scheinen. Schon gut! Und das ist auch... Pffft! Alle um die Vorgaben! Wir halten noch vor! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Pffft! Musik Musik Ich habe es hier direkt angezeigt Hohes Bein und einfach so ein Ja ich nenne es mal Kung Fu Tritt war das gewesen Ist halt gefährliches Spiel Sowas macht man nicht Und von daher auch das hier richtig abgefiffen Timo 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 Musik Weiter geht's, am Ball, am Ball! Wieder am Ball! Ich kam ein bisschen zu spät. Das wäre für den Schiemannschuhner wichtig. Jetzt ist es keine Schiemannschuhner an. Dann war er auf dem Schiemannschuhner, oder? Mach mal kurz deinen Schuh zu. Hände weg, Jungs! Hände weg! Ganz witzige Aktion. Ihr müsst mal nur auf das Gesicht gucken, von dem Bernespieler. Er dachte, ich hätte hier Elfmeter entschieden. Das war geil! Musik 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 Nein, Nummer zwei! Nummer zwei! Nummer zwei! Nummer fünf, Nummer eins! Nummer drei! Nummer eins! Nummer vier! Ja, das war's. Jetzt ist es sehr, sehr schwer zu sehen, aber der Torwart hatte seine ganze Hand auf den Ball drauf, dann wurde der Ball aus der Hand geschossen und sobald ein Finger auf den Ball drauf ist, ist der Ball für den Torwart gesichert und darf nicht mehr aus der Hand geschossen werden. Einen Finger drauf ist das gleiche schon gesichert, dann darfst du nicht mehr rausschießen. Das war's. 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 Ich bin in einem Besprechungsraum. Habe gerade noch ein paar Interviews gemacht, unter anderem auf KICK TV. Sehr, sehr coole Sache. Vielleicht noch zum Abschluss zum Spiel. Ich glaube, ich hatte zwei gelbe Karten gehabt, beide auf der Gegnerseite. Das waren aber auch ganz klassische Vollspiele gewesen. Insgesamt war das echt ein sehr spannendes Spiel. Das Wetter hat leider nicht so mitgespielt, aber das ist ja in Hamburg hier normal. Das gehört nun mal dazu. Ich bedanke mich am Abschluss sehr herzlich bei TUSBjerne für einfach, für alles hier, was ich hier bekommen habe. Ich habe hier gerade noch Lolly geschenkt bekommen. Also das ist auch nicht selbstverständlich, muss ich auch sagen, einfach nur geil. Auch die ganze Schiri-Kabine. Ich habe vorher noch ein Video zugeschickt bekommen, da hat noch jemand die Schiri-Kabine geputzt. Das habe ich noch gesehen vorher. Also mega, mega geil. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, abonniert gerne den Kanal und wir sehen uns bis zum nächsten Mal und Quale fährt jetzt nach Hause, weil Quale muss nach Malle. Ciao, ciao.